Moment, stopp. Moin YouTube, schön, wie ihr wieder da seid. Keine neue Folge. Adventskalender 2022 Tütchen Nummer 9 9 9 Boah, ist aber ganz schön weit schon, ne? Ja, meine Lieben, ah ja, seht's, ihr habt's gehört, Adventskalender Tütchen Nummer 9. Der reinste Wahnsinn, lange dauert's nicht mehr und dann ist Weihnachten. Und was soll ich euch sagen? Jeden Tag aufs Neue, wir brechen uns die Finger. So, auf geht's. Sonst gibt's noch Ärger mit der Mama, wenn wir das zu oft sagen. Ey, so. Also, machen wir mal das Tütchen auf. Unser Tütchen. So lange Fingernäger habe ich gar nicht. Slide up. Nein, ich will die wiederverwenden nächstes Jahr. Slide up habe ich gesagt. Ja, aber mach ich nicht. Hm. Okay, mach mal anders. Äh, Trick 17. Wir nehmen uns einen Schraubenzieher. Dreher, Entschuldigung. Nein, nein. Nein, ich ziehe dich ab. Ich weiß nicht, 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 doch, ich bin ja hier durchgegangen. Und die, ich ziehe dich nicht. Hm? So, äh, doch, geht wohl. Ich brauchte nur einen Anfang. Ach. So, die haben wir schon mal. Ist auf. Ne, hier, Knoten raus. So. Holen wir uns einfach Werkzeug dafür. Boah. Muss ich mit der Hand wieder kommen? Nein. Dann ist gut. Dann sind wir jetzt mal lieb. Schnappen uns die Anleitung. Scheiße, die Knoti. Ah. Und dann gucken wir mal nach der Nummer. Oh, wir sind zu weit. Nummer 9. Da unten ist er. Boah. Das ist viel. Das ist viel. So. Kippen wir mal aus hier. Langsam. Oh, da ist schon was abgegangen. Was müssen wir da hin tun? So, Moment, erst mal sortieren. Super, erst mal sortieren. So, was haben wir denn? Hä? Super Blick. Ist da noch was drin? Nö. Ja, aber was soll das denn? Also, wir haben das Teil, wir haben das Teil, ah, da oben, da ist es. So. Und das kommt auch weg. So. So. Fangen wir mit dem an, da oben. Mal gleich aufheben. Musst du langsam machen. Also, ich festhalten da oben. Okay, ich halte nicht fest, aber beim nächsten Mal. vernünftig machen. Ey, du sollst es langsam machen. Luca. Luca. Es langsam machen. Bitte. Scheiße. So. Okay. Das kommt auch an die Seite. So, da. Jetzt müssen wir mal eben hier gucken. Ja, nee, den macht der Papa mal eben. Da muss nicht mehr viel gemacht werden. so. So, warte. Nimmst du die mal richtig in die Hand, bitte? In die Hand. Ne, du hast zwei Hände dran. Oder? Summer. Na? Na? Pass nur auf, auf deine Fähigkeiten. Nein, sieht das ab. Warte, 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 warte. Jetzt. Jetzt. Ja. Sehr gut. Fertig. Okay. Nicht mehr. Wo ist denn unser? Da. Also. Da haben wir unseren, unseren Schlepper. Und, ah, so. Jetzt müssen wir das Teilchen einmal drehen. und wir bauen die erste Achse ein. Wahnsinn. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie rum kommt denn das? Ist das beides gleich? Oh, darf ich einmal die Zange bitte haben? Wie weißt du das? Lass mich mal da liegen. Falls der Papa doch nochmal was nach knipsen muss. Ja, morgen ist Sport. Das ist schön. So, jetzt ist aber die Frage, wie rum muss denn das jetzt? Hier? Nimmst du mal, nee, wie das Teil? So, das muss da drauf. Also, so rum. Fals. Zama. Zama. So. Darf ich da mal gucken? Okay. Okay. Das muss jetzt Hä? Aha. Okay, also Software ist schon andersrum. Das muss da rein. so, darf ich mal was gucken, darf ich mal was gucken, mein Hase? Darf ich mal was gucken, bitte? Ja. Nee, ich brauche erst das Teil. Weil das ist die Kupplung, die jetzt hier hinten dran muss. Auffassung. Da müssen wir. Hier. So, und dann die Kupplung. das wird aber nicht so rein. Kommt der jetzt da unten hin oder? Nee, da oben. so. Aber der ist doch falsch rum. Und das passt dann wieder. So. so, meine Lieben, dann haben wir jetzt hier unten, ich muss das mal kurz so halten, so, hier unten jetzt die Axt da dran gemacht, mit der Aufhängung für hinten, um da natürlich einen Fluk, einen Gruber, was auch immer, dran zu machen, plus die Hängerkupplung. Das war's für heute. Es gibt eine einzige Sache, die der Luca euch jetzt noch sagen muss und denen geht, dann könnt ihr auch deine Videos mehr verpassen. Genau. Und damit wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Luca, euch und euch da. Ciao.